Hi, ich bin Marco, Gründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Strategen und wir sind dafür da, dass deine Webseite besser im Internet gefunden wird. Heute geht es um den Suchoperator All in Text. Warum eigentlich Suchoperator? Ein Suchoperator ist wie ein Befehl zu verstehen. Du kennst ja diesen Google-Suchschlitz. Gibst du in diesen All in Text, Doppelpunkt und ein Keyword ein, in diesem Beispiel Hotel Eifel, wichtig, kleingeschrieben, zusammen, ohne Anführungszeichen, so spuckt dir Google alle Webseiten aus, die sowohl in der URL, im Title als auch im Content den Suchbegriff Hotel Eifel beinhalten. Doch wozu brauchst du das Ganze? Wichtig beispielsweise für Content-Marketing, auf der Suche nach geeigneten Partnern für die Off-Page-Optimierung, um Verlinkungen zu erzielen, macht es Sinn, den Suchoperator All in Text zu verwenden. So findest du Internetseiten, die sich in deinem Themenumfeld bewegen, mit denen du gegebenenfalls Partnerschaften eingehen kannst. Ich wünsche dir viel Erfolg!